So, ich glaube, wir starten mal mit Apollyon Creed, ja, oder? Würde ich sagen. Das ist doch ganz cool. Das sollte ja auch machbar sein. HP Ups. Nehme ich erstmal mit, muss ich mir dann immer kaufen. Kann ich mir mehr Damage kaufen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn du die erste Ebene überlebst, irgendwie. Blackheart. Okay. Das ist schon mal alles scheiße hier, was hier liegt. Komm, fangen wir nochmal an. Muss hier irgendwas, muss hier ein toller Start sein. Ihr habt das schon so oft verkackt. Ich finde, HP Ups gar nicht so schlecht. Ich habe gestern ein bisschen bei Dingenskirchen noch zugeguckt, nach meinem Stream, bei, ähm, Creon. Und Creon hat gesagt, bei, das Spiel ist nicht super toll. Isaac, das spielt aber nicht schlecht, Isaac. Ah, das ist halt kacke, ne? Ja, ist auch nichts Besonderes hier. Ähm, Mon Entferner. Ähm, beim normalen Creed Mode, einfach nur alles in Damage. Stress kommt von alleine. Tickle Chirps ist gar nicht so schlecht. Okay. Wir haben zwei Schlüssel bekommen. Jetzt gucken wir mal. bei Romaniac noch ein bisschen anpeilen, ne? Gar nicht so sad hier. Gar nicht schlecht. Ist nicht sad. Bad. Sad ist ja traurig. Da bringt keine Menschen was hier, ne? So, ist hier noch irgendwas drin, was ich wegspringen kann? Hier unten. Oh, hier. Dann probieren wir den Run mal, ne? Ich meine, das ist ja ein schönes Damager. Das muss man ja sagen. Okay. Hätte ich dann eigentlich auch, äh... Oh, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, so ganz. Aber ist halt nice. Kommst halt überall dran, kannst die Geheimgänge Geheimgänge aufsprengen. Hier oben kann auch ein Geheimgang sein, ne? Okay. Wir starten einfach mal. Hier ist halt schwer zu treffen. Finde ich, mit Eipelkegg. Sind das bei so Viechern, die halt immer springen. Die anderen sind easy. Boah, was mach ich denn? Ich weiß seitlich ran, ne? Ist aber fies, wenn du nicht warm bist und mit dem ersten Run musst du so einen Kack machen. Geheimgänge. Kack jetzt. Oh Gott. Online-Koop-Modus wäre so göttlich. Ist nicht bei Anti-Birth ein Online-Koop-Modus dabei? Oder nur ein normaler Ko-Op-Modus, aber mit zwei richtigen Charakteren. Hier braucht kein Mensch was. Was brauche ich? Ich brauche eigentlich nur noch HP-Ups, ne? Der Rest ist ja vollkommen Wumpe. Range-Ups. Ja, es wäre okay, aber BFF eigentlich mitnehmen, ne? Ich nehme es mal mit. Das Metronom ist auch Blödsinn. Ich gehe natürlich hier noch rein. Äh? Ach so. Allein wegen dem Heimgang, der hier hoffentlich ist? Ja, geil. Toll. Okay, das ist egal. Kaufen wir uns nämlich das noch und dann gehen wir weiter. Nur normale, okay. Ich meine, es ist besser als nichts, ne? also, wir müssen ja noch hier machen. Ach Gott, so blöd. Gegen Brosse ist ein Begecker in der Weltklasse. Das ist halt phänomenal, ne? Gegen Pin ist jetzt nicht ganz so toll. Aber wenn man trifft, trifft man. Ich habe dich total vermisst, Devil. Klar, ich meine, du laberst hier viel im Chat, das ist für einen Streamer auch gut, wenn der jemand hat, der mit ihm labert. Das machen andere auch, aber du machst das all extrem. Aber nicht in böse Richtung. Man meint, ne? Weißt er hoffentlich. Something's wrong. Okay. Da haben wir auch irgendwo die Dings hier ist noch drin. So, da wir den Creed Mode hier packen wollen, mache ich hier schön alles weg. Und vielleicht geht es hier noch irgendwo nach unten. You never know. Nein. Okay, Geheimgang haben wir. Ist eigentlich fett Ipekeg, muss ich jetzt so sagen. Ich glaube, ich habe noch nie in Creed Mode Run mit Ipekeg gespielt. Ja, wir sehen es nicht. Dann nehmen wir es mal auf. Okay, das können wir aussaugen. Ist eigentlich gar nicht schlecht, der Flasch. Ist das Flasch? Wir saugen es auf jeden Fall mal auf, oder ist das... Wir gucken jetzt erst mal. Was gibt es hier? HP ab, bitte. Mit Night Snack. Und HP ab. So. Das ist ein Flasch. Okay. Ist ja eigentlich genial, ne? Das ist eigentlich richtig stark im Creed Mode. Kann das sein? Ist ja auch cool. Keine Bombe, danke. Okay, werde ich mir nichts kaufen, weil ich weiß ja nicht, was es ist. Ich habe ja keine Ahnung, was es ist. Das war auch dumm, jetzt mitzunehmen, aber egal. Flasch plus Spider-Bud. Hm. Okay, das nehmen wir auch mal für sieben. Doch, ist das noch... mit BFF, Weltklasse. Mal die. Oh, drei Albrechtschüsse hält der aus. Oh. Zwischenrein geschossen. Unten noch eins. Ja. Wir sind die Abos auf Eis. Nichts bewegt sich. Ja, das kenne ich. Das nervt zwischendurch. Manchmal geht es dann sogar runter. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass, ähm, YouTube täglich tote Accounts löscht und nicht, äh, wie bei mir früher, am Anfang einmal im Monat. Weil das nervt. Da sind plötzlich zwölf, dreizehn Accounts, äh, Abos weniger. Ist im Endeffekt ja scheißegal, aber trotzdem guckt man da natürlich irgendwie drauf, ne? oder? Okay. Ja, cool, echt. Danke. Meistens, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann geht's wieder schnell nach oben. Ach, scheiße. Ach, Mann. Ich glaube, ich würde es nicht zählen. Gut. Nö, passt doch, 84. Machst du das ja noch nicht so lange, ne? Okay. So. Ich habe gesagt, hier kaufe ich mir nix, ne? Da habe ich alles. Okay, das machen wir aber natürlich noch weg hier. Vielleicht gibt es ja noch ein Pädelchen. Jawohl. Oh, dick, dick, ey. Wumpe. Gut. Es gibt im Creed-Mode nur einen Geheimraum, ne? Das schätze ich mal. Das nimmt man natürlich mit. Warum soll ich das einsaugen? Schönes Damage ab. Nur einen, okay. Okay. Da kann meines Wissens aber auch da sein, wo... Irgendes gehe ich nix. Das hier gibt HP-Ups, ne? Okay. Okay, hier ist er nicht. Hier auch nicht. Schlüsseln haben wir schon zwei, genau. Okay. Oh, das ist doch nett. Ist ja optimal. Aber es gibt nicht immer einen, oder? Ach, gibt ihm mal einen, oder? Ist ja geil. Ah, das ist halt auch Mist. Ich kann es hier komplett ausreichen. Ich will eigentlich nur noch HP-Ups. Mehr brauche ich dann nicht. Oder natürlich Pyromaniac oder irgendwas, was mir richtig geil Schutz gibt. Ne? Aber ansonsten... Klar, ich könnte mir hier Space-Items kaufen und die dann einsaugen. Bringt mir aber auch nix. Außer es hätte einen coolen Effekt. Bringt mir Tiers ab, was? Ich kaufe mir das mal. Ja, ist auch ganz cool. Speed ab oder so? Ne, brauche ich eigentlich auch nicht. Naja. Das ist in Ordnung. Nex-Lax. Lack ab, brauche ich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Die 100. Scheiße, hier drüben ist ja manchmal auch noch ein Item. Ja, das ist vergünstigt. Für sieben kaufen wir uns noch. Ach komm. Das kaufe ich mir, glaube ich, auch noch ein Damage ab, ne? Oh, war falsch. Ja, vor allem. Ja. Für sieben besten bin ich nicht. Ich könnte nicht mehr, mit den Händen sehen, weil ihn auch noch leer zu einem guten Fest. Ich würde walls essen. Nein! Also, wenn ihr seid. Was ist denn das für ein Mini-Teiler? Ach, fuck, da war noch eine Fliege. Ein paar Orbitals wären auch geil. Das Damage kauft mich nicht, das ist Blödsinn. Das macht mich stompy, brauche ich auch nicht. Ja, Hello natürlich. Die Six kaufen und einsaugen. Das wäre auch lustig, ne? Kannst du richtig spammen, so langsam. Ich glaube, das kaufe ich mir für den Spaß. Ja, natürlich. Wie oft der in letzter Zeit kommt, ne? Der Eipelkack ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aua! Ich habe keine Ahnung, wie viel HP ich habe. Kann ich den jetzt nehmen oder nicht? Diese geile Buck, ne? Ich kann es nehmen. Okay. Das war so klar. Okay. Das ist mir eigentlich rechts, aber nicht so. Das ist mir einfach noch ein Stein. Okay. Gut. Ich kaufe mir das. Damage ist vollkommen ausreichend. Tierrate noch ein bisschen erhöhen, ist auch ganz gut. Ah, ich könnte ein Easy Run werden. Mal gucken. Ja, das ist blöd, klar. Aber das kannst du am Anfang nicht machen. Da kriegst du am Anfang nicht mehr. Ich gucke mir das gar nicht. Wie hoch deine Wiedergaberate pro Klick ist. Klar. Das kommt erst mit der Zeit. Ist bei mir auch immer noch nicht so. Kekskrümelchen. Hi. Oi. Warte mal. Ich sehe gerade was. Ich habe hier gar nichts an. Hier. Für dich. Guck mal. Ich habe meine Eigenwerbung nicht an. Ich habe das Overlay nicht an. Ich habe nämlich vorhin noch. Muss ich euch auch noch erzählen. Den Isaac-Stand habe ich auch nicht an. Der ja auch nicht mehr stimmt. Danke für den Follower nochmal. Der auch nicht mehr stimmt. Mann. Komplett unverbreitet. Nur weil mein Hund in die Bude gepisst hat. Hier. 21, ne? Ups. So. Ähm. Ja. Ich nehme nämlich seit drei Tagen die Daily Runs auf. Nur für YouTube. Das will ich nicht hier machen. Ich finde das zu langweilig. Außerdem muss ich es ja jeden Tag aufnehmen für das AV. Oh. Ich habe BFF, ne? Dann nehmen wir den mit. Das ist ein Speed-Up. Ein Schatz-Speed-Up. Ne. Das saugen wir ein. Und Abo 200. Ja. Oh, danke schön. Kekskrümelchen. 93. Dankeschön. Für den 200. Follow hier bei mir auf dem Kanal. Ähm. Ja. Für das AV. Und ich nehme es auf. Und das kommt dann nur bei YouTube. Die Daily Runs. Drei Stück habe ich jetzt geschafft. Heute war ganz dubios. Okay. Und Damage ab. Und Lack ab. Heute war ganz dubios. Heute war, ähm. Derselbe Daily Run wie gestern. Exakt derselbe. Ich habe keine Ahnung warum. Zweimal hintereinander mit, äh. Azazel Satan killen. App. Der ist auch nichts, was ich brauche. So, was haben wir hier? Oh, nochmal so ein Teil. Lovers. Kein Schlechts. Ähm. Lovers ist ganz cool. Kann ich mir aufbehalten, ne? Habe ich nochmal zwei extra Leben bei Creed gleich. Wenn ich so weit kommen sollte. Ich habe ja noch 15 Münzen. Zack. Was? Ach, die rote Brütze von dem Kleinen da, oder was? Ja. 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 Real high. Grüß dich. Guten Abend. Oh nein. Ich diese Fliecher hasse man halt krass. Das war ein Glückstreffer. Fuck. Zu schnell geworden. Oh, wäre er blöd. Endlich. So. Zwölf Münzis bringen mir gar nichts. Das nehmen wir mit. Kann ich hier auch reingehen noch? Okay. Ist okay. Boah, jetzt kommt noch dieser komische neue Frail dazu. Eigentlich eher ein Skrolex-Frail-Mission. Was ist das, ne? Der ist halt kacke zu treffen mit Hypergag. Okay, wir müssen alle einfach nicht mal vergiften. Wenn's geht. Oh, der war schön. Oh, schade. Diesmal hat nicht geklappt. Yes. Schön auf dem Schwanz. Boom. Okay. Okay. Hallo. Kann ich mir noch was kaufen? Gibt's noch eine AP ab hier? Jo. Kaufen wir einfach. Was soll's. Letzte Wochen waren stressig. Jo. Entweder chillen, ne? Oh. Oh. Oh, den gar nicht gesehen. Oh. Oh. Den gar nicht gesehen. Ist gar nicht schlimm. Glückwunsch, THC. Im, äh, First-Try. Ich hab Second-Try gebraucht. Ich geb's zu. Und das vergünstigt das nicht mal mit. Praktisch First-Try. Theorie Second. Nein. Umgedreht. Quatsch. Das erzähl ich hier. Theorie First. Praktisch Second. Da sind gerne Herzchen drin, in diesen komischen, die linken hier, die hier. Da sind gerne Herzchen da drin. Oder auch nicht. Okay. Oh, keinen Schlüssel. Schade. Aber ein Herzchen. Das ist ja nett. Temperance. Die Temperance machen wir mal hier hin. Oh, jetzt hab ich eine Bombe gelegt. Na ja, gut. Ich will eigentlich gar keine Range mehr. Okay. Temperance. Du kannst mir gestohlen. Ich will ich nicht. Dann nehm ich lieber die Kohle mit. Und ein Schlüssel. Optimal, ne? CC Longlegs. Ne, die saug ich auch ein. Wohl für was eigentlich, ne? Mit BFF kannst du die auch mitnehmen. Ah, das ist natürlich alles Mist. Ich gar nicht. Ach, musstest du erst Theorieprüfung machen und dann darfst du erst Praxisstunden machen? Ist das allgemein so? Ist das allgemein so? Und so lief das parallel. Ziemlich sicher eigentlich. Ziemlich sicher eigentlich. Bitte? Ja, aber die Stunden zeitgleich zu der, also Theorie und Praxis, ne? Du hast doch nicht erst Theorieprüfung gemacht und dann praktische Stunde angefangen, oder? Ne, definitiv, ne? Ja, ich nehm die mit, das stimmt schon. Ich schieße zu weit mittlerweile. Ich muss von hier aus schließen. So. Auf jeden Fall brauche ich nicht mehr. Ich will lieber noch drei HP-Ups. Obwohl schwarze Herzen natürlich auch geil sind. Ach so, okay. Ne, bei mir ging das über eine längere Zeit. Ich hatte halt einmal die Woche nur Theorie. So. Okay, da kann ich die Flasche öfters machen. Das nehmen wir mal mit. Jetzt starten wir einfach mal. Oh, das wird gut. Ha! Ha! Alle drei auf einmal. Geil. Jetzt hat er mich erwischt. Der Arsch. Boah, das sind noch zwei. Okay. Eine schöne Lovers-Karte. Wachse schon. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Was ist da? Ach so. Spawnt er in dem Moment. Was ein Arsch, oder? Oh Gott. Ach, da ist das nach oben. Okay. Ach, ich sterbe. vorbeigeworfen ein angel deal ohne item natürlich wie immer den schlüssel aufsaugen wäre ganz toll so dann kriege ich ja noch dann kann ich nichts mehr machen hier okay so weiterkommen hilft ja nichts fast full hp ne ah full hp jetzt sogar full red hearts war mein ziel sind wir mein ziel mittlerweile im greedier mode im greed mode ist damage hier ist es auf 7,8 damage zu kommen und dann hp ups zu kaufen mit alpacack hat sich der damage erledigt so viel dazu ne ja könnten wir card mimic wäre jetzt auch schön das wären 4 herzchen so komm hmm so 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 Das war's für heute. Ja, ja, durch Alpekeck. Sag ich ja, hat sich erledigt. Ich weiß, dass ich so viel Damage habe. Hallo? Nein, da war das Ding im Weg. Kacke. Mädchen, komm. Zeig dich. Nein, ich soll gar nicht erschießen. Ach, ich tapp. Endlich. Das war geil. Schön außen rum gesurft und dann hinter einem Feuer versteckt und dann noch eine Bombe geworfen. Gibt's da noch was? Ne. Ich meine, das muss ich eh kaufen. Also ja, wurscht. Könnt's ja machen. Boah, ein bisschen zu spät. Oh, das wird schön. Nochmal? Jetzt mal mitgelehrt. Doch, jetzt wird. Hoppa. Ich glaube, hier gibt's einfach keine Items. Das nehme ich auch noch mit. Hier gibt's einfach keine Items in den Angel Deals im Greedier-Mode. Oh, ich kann ja nix machen. Ein Trinket noch. Ich kann ja mal was kaufen. Juhu. Kaufen wir uns noch Full-HP. Okay. So. Jo. Ne, das sauge ich jetzt nicht auf. Kann ich einmal Flasch zünden. Gut. Geht los. Die Pups kaputt machen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich soll den einsperren, oder was? Ich hab auch noch Curse of the... Warum hab ich denn jetzt Curse of the Darkness, bitte? Nein. Nein. Ich kann nur mit dir nicht mehr. Hauwatsch. Danke schön. Gleich Bomben gegen Bomben, ne? Das wird halt heftig hier, ne? Ich glaube, das nachher wird sogar ein bisschen einfacher. Boah, war nicht schnell gerade. Was soll ich denn noch machen von den Teilen? Fuck. Oh, da oben war noch eine. Shit. Jetzt der Aggro. Das sieht aber noch ganz gut aus. Tschüss. So, los geht's, Freunde. Los geht's. Doch, der war eigentlich schon da. Ging aber fix. Oh, ist er. Aua. Ah, dagegen. Mann, was ist die Scheiße da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Oh Gott, das wird jetzt hier sehr eng. Was mache ich denn? Du kleiner Arsch. Gott, ich werde es nicht schaffen. Wie Armut ist der Typ? Nicht treffen. Danke. Kacke gespielt, ne?